Multi-Window für Multitasking einsetzen. Am Beispiel des Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Verwende komfortabel mehrere Apps parallel. Das große Hauptdisplay des Galaxy Fold 3 ist dafür geradezu prädestiniert. Für Multitasking mit Multi-Window rufst du einfach die aktuellen Anwendungen auf. Tippe anschließend auf das Icon einer App, die du verwenden möchtest, und dann auf In geteilter Bildschirmansicht öffnen. Jetzt kannst du die zweite App auswählen, die du parallel nutzen möchtest. Halte und ziehe die drei Punkte zwischen den beiden App-Fenstern, um deren Größe zu verändern. Abhängig von der Kompatibilität der Apps kannst du Inhalte aus einer App direkt in die andere App ziehen. Die blaue Linie am oberen Rand zeigt dir die derzeit aktive App an. Nach Antippen einer Linie öffnen sich Optionen, zum Beispiel, um die App als Pop-up anzuzeigen. Durch Halten und Ziehen der Linie kannst du das Pop-up verschieben. Tippe bei den Optionen Minimieren an, um das Pop-up auszublenden. Stattdessen wird ein Icon angezeigt und durch Antippen öffnest du das Pop-up wieder. Tippe bei den Optionen auf das Fenstersymbol, wenn du beide Apps wieder in der geteilten Bildschirmansicht verwenden möchtest. Tippe die drei Punkte zwischen den Apps an, um die Fenster zu vertauschen oder untereinander anzuzeigen. Sehr praktisch ist es, die aktuelle App-Kombination dem App-Seitenpanel hinzuzufügen. Diese App-Kombination kannst du nun über das App-Seitenpanel direkt starten, in der Anordnung, wie sie beim Hinzufügen war. Schau dir auch unsere anderen Hilfe-Videos an.